Kamala Harris hat Tim Walz, den Gouverneur von Minnesota, als ihren Vizepräsidentschaftskandidaten für die Präsidentschaftswahl ausgewählt. In einem ausführlichen Instagram-Post erklärte Harris ihre Entscheidung und hob Walts Engagement hervor, für die Familien der Mittelschicht zu kämpfen. Der Beitrag listet auch einige der Errungenschaften des Gouverneurs von Minnesota auf, darunter seine Bemühungen zum Schutz des Rechts auf Abtreibung und bezahlten Urlaub aus medizinischen oder familiären Gründen. In einem Post auf der Plattform X, früher bekannt als Twitter, sagte Walts, es sei eine Ehre seines Lebens, Harris in diesem Rennen beizutreten. Ich werde alles geben, fügte er hinzu. Walts erlangte nationale Aufmerksamkeit mit einem Satz im Fernsehen, in dem er das republikanische Duo Trump, Werns als seltsame Typen bezeichnete, ein viraler Ausdruck, der jetzt auch von Harris verwendet wird. Der 60-Jährige bringt eine populäre, einfache und prägnante Art mit, um sich der republikanischen Opposition zu stellen. Er hat auch einen beeindruckenden Lebenslauf, er war Lehrer an öffentlichen Schulen, Football-Trainer und Mitglied der Nationalgarde, bevor er in die Politik ging. Präsident Biden begrüßte die Wahl in den sozialen Medien, dieses Gewinner-Duo wird eine starke Stimme für die Arbeiterklasse und die amerikanische Mittelschicht sein, sagte er auf der Plattform X. Unterdessen bezeichnete Trumps Lager Walts in einer Erklärung als einen gefährlichen extremen Liberalen. Viele innerhalb des republikanischen Lagers porträtierten Walts auch als eine schwache Wahl, die Trumps Chancen im Rennen erhöhen könnte.